Mahlzeit. Die 244? Ja. Tschüss. Warte mal. Hast du nicht gesagt, du suchst eine Wohnung? Ja, dringend. Weißt du was? Bei mir im Haus wird eine frei. Lauft 60 Quadratmeter, direkt unter meinen. Kostet 300 Mark wahr. Wenn Alex die Wohnung nicht will, ich nehme sie sofort. Sie will aber. Untertitelung des ZDF, 2020